meine sorge war also berechtigt das spielt keine rolle vergiss nicht mit dem du sprichst stell mich vor den anderen niemals in frage lilyana weder auf einer mission noch sonst wo das spiel ist eine sache wir spielen die adligen gegeneinander aus und die mächtigen sehen weg es ist nur ein spaß aber diese papiere wenn das olesianische militärsiegel sind ist es hochverrat sie nach verreden zu bringen bei hochverrat sieht niemand weg marjolaine sie werden uns öffentlich hängen meine schöne so verloren an einem fremden ort geht es darum dass du mich mit diesem offizier gesehen hast du hast uns damit überrumpelt hätte ich davon gewusst hätte ich es dir ausgerichtet in orlais warst du nie so zögerlich vielleicht habe ich dich einfach zu früh von der straße geholt marjolaine bitte du lässt mir keine wahl wir werden es rückgängig machen nur für den fall dass irgendjemand es herausfinden könnte das wird nicht einfach vergiss nicht dass du darum gebeten hast du weißt dass es das richtige ist wie du meinst ich werde eine weile brauchen wir gehen zurück sobald es wieder dunkel ist sie werden nicht mit einem zweiten einbruch in so kurzer zeit rechnen wir könnten wir könnten behaupten wir seien von anfang an hier gewesen um die papiere zu stehlen für orlais ich habe nicht vor in eine lage zu kommen in der ich überhaupt jemandem etwas erzählen muss wollen wir gehen ich werde ruhiger schlafen wenn das das alles hinter uns liegt alles wird gut ich verspreche es frau dann du hattest recht der weg war frei vielleicht haben wir schon alles gestohlen was es wert war bewacht zu werden da wären wir das sind seine kostbaren papiere holen und dann von hier verschwinden vielleicht hättest du ja etwas schwungvoller über die mauer klettern sollen ich lenke so viele ab wie ich kann bitte was ist schon wieder verschwunden ich schätze wir nehmen wohl den anderen weg doch schon mal bestimmt rein ja 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 ich bin jetzt einfach hier lang ja 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 ist alles klar ist mit der ruhe ich werde es tun ja 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 ich habe genug verdammt das steck sie zurück das nicht soll ich voll ja 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 wirst du ja ja das ist noch nicht der ja 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 Ja, gleich. Ich will nur, dass wir alles plündern. Dankeschön. Ich habe keine Ahnung, was für Bestien sie hier halten. Und ich will es auch nicht wissen. Lasst uns abhauen. Sieht aus wie Drachen. Vorsicht! Mehr hast du nicht drauf? Achso. Es ist genug Klappe da. Ja, das ist nicht Spaß. Haben wir noch nicht irgendwie? Ne, haben wir nicht mehr. Aber kackt, der mag ich auch. Ich brauche irgendwas, weil die da hinten in der Ecke stand. Sie ist schon wieder verschwunden. Ich schätze, wir nehmen wohl den anderen Weg. Gut, legen wir erstmal das Zeug an. Wird erledigt. Ich bin so weit. Ich bin so weit. Die öffnen blöden Eingestellter sind die. Ich bin so weit. Und dann mach ich nur so weit zurück. Reih. wir sollten das dann vielleicht erst mal verschieben wie gesagt wenn du unbedingt nach wirtschaft suchen willst solltest du dich beeilen ja gleich wird erledigt es sind genug zeit für meine lieblingsbeschäftigung die dammung ganz wundig Wieso wissen die Bescheid? Und wo kommen die alle her? Bleib einfach in Bewegung. Wir kommen hier schon raus. Und wenn ich einen Scheidern will, muss ich so die Scheiße sein. Und wenn ich einen Scheidern will, muss ich so die Scheiße sein. Was gibt es denn, Helm? Sie ist schon wieder verschwunden. Nee, im Ernst? Ich schätze, wir nehmen wohl den anderen Weg. Machst du den Angst? Achso, hab ich ja eingestellt. Äh, gut. Wird erledigt. Wir sollten öfters mehr speichern jetzt. Und immer so weit vorne anfangen. Vorsicht! Und wieder ist eine Pigou aus dem Spiel. Das war's! Keine Gnade! Das war's! Wenn du unbedingt nach Wertsachen suchen willst, solltest du dich weilen. Wir haben die nicht drauf! Prägend! Wir sollten das Plündern für... Vielleicht erstmal verschieben. Ja, schon. Da brauchen wir gerne die Kampfausrüstung komplett. Natürlich. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Aber er ist nicht mal schwierig! Ich bin zufrieden! Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Es wird gut gelassen. Ist das für ein wenig schwer. Mahfragen! Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Oder du kannst gesagt, ich bin zufrieden. Aufmerksamkeit. Ich bin hier auf den Fersen! Oh! Komm schon und hol's dir! Es sind genug für alle da! Hier! Fall schon mal! Hm... Jetzt speichern wir mal kurz! Lassen wir uns erholen, wenn ich schwimmen will! Cool! Einfach nur rein, wenn wir sterben, sterben! Allein ignorieren wir die Tür hier! Wollen wir wissen, was es hier drin gibt! Ist nicht zu schaffen irgendwie! Gut! Bleibt uns keine andere Wahl, müssen wir das ignorieren! Gehen wir weiter! Schade ist es wegen dem Zeug, aber naja! Gehen wir mal kurz! Gehen wir mal kurz! Gehen wir mal kurz! Machst du nicht weg! Magelaine, ich habe bekämpft, wen ich konnte, aber es muss noch mehr geben! Ist schon gut! Wir könnten Ihnen von den Papieren erzählen! Ole wird sich für uns einsetzen. Sch, meine Schöne. Unser Plan wird doch funktionieren, oder? Ja, ich habe einen Ausweg. Na, so etwas. Eine orlesianische Spionin, die Fereldische Geheimdokumente stehlen wollte. Ihr werdet mir einiges einbringen. Nachdem ich meinen Spaß mit euch hatte. Das stimmt weh. Es ist schlimmer, als Sie sterben zu sehen, nicht wahr? Ja, ausgerechnet von ihr verraten zu werden. Wer? Eine Freundin. Ich kann euch helfen. Aber ihr müsst entschlossen sein. Ich hoffe, das ist kein Trick. Noch mehr verkrafte ich nicht. Ihr tragt Narben. Innerlich ebenso wie äußerlich. Marjolaine versteht es genau dann zuzuschlagen, wenn man am verwundbarsten ist. Glaubt mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin also noch nicht einmal die Erste. Ihr habt mehr als genug Feinde, Mädchen. Warum macht ihr es euch selbst so schwer? Andere brauchen euch, selbst wenn ihr am Boden seid. Und daraus erwächst eine Kraft, die nur schwer zu beschreiben ist. Ich muss gehen. Ihr schafft das. Woher wisst ihr davon? Woher wisst ihr von mir? Hallo? Ich will das nicht tun. Ich sollte das nicht tun müssen. Na dann. Okay. Wenn man Wolf dazu kommt, geht mehr Glück. Das legt man an. Gut. Das ist aber allerdings in der Alena. Natürlich. Kann man nicht lang? Muss man jetzt eigentlich hin? Hier. Aha. Ich bin da rein. Ich bin da rein. Ich bin da rein. Hier geht rein. Ich bin da rein. Tag ist hier irgendwo. Wir müssen ihn finden. Solltet ihr jemals... Achtung! Nein, nicht noch mehr. Darauf habe ich gewartet. Du machst dich einfach nur leckerlich. Wirklich? Mein Name ist Silas. Ich stehe doppelt in eurer Schuld vor... Seht nicht mich an. Ich folge euch. Das war die Tür. Das war die Tür. Ich schaff... Das war die Tür. Ich schaff... Ich schaff... Ich schaff... Ich schaff... Ich schaff... Ich schaff... Hat kein Schild. Tor ist auch. Tor ist auch. Ich gehe niemals zurück. Wache. 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 Was denn jetzt? Und wieder ist eine Piku aus dem Spiel. Und? Wache. 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 Wann wird das vergessen? Natürlich. Ich bin da. Oh. Oh nein. Nein. Das war sie. Sie und ihr Monster. Dafür werden sie büßen. Oh Mann. Tag. Wollte ihn auch mitnehmen. Den darf ich noch. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh. 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 Haha. Oh. Oh. Das ist Leibkomm. Niemand sonst wird euch retten. Folgt mir, wenn ihr wollt. Ich habe noch eine Verabredung. Ihr seid wundervoll, Mädchen. Ich danke euch. Bewegt euch, wenn ihr hier raus wollt. Niemand sonst wird euch retten. Wird erledigt. Wir sehen euch, was wir sehen. Wahnsinn. Was geht? Wir sehen uns auch am besten. Wir sehen uns am besten. Was ist das? Wir sehen uns am besten. Oh! 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 Ah! Wo wolltest du es noch? Verdammt das! Ich muss ja hören, was ich jetzt... Mal irgendwie halten... Hohoho, hab das knapp. Natürlich. Weiter! Wir haben es fast geschafft! Wir gehen weiter. Was noch mehr? Weit. Ihr seid nun in Sicherheit. Dorothea! Dorothea! Euer Gast ist wach. Offensichtlich. Bitte. Gebt uns einen Moment. Bitte. Ihr habt zweifellos einige Fragen. Dorothea? Sollte ich euch etwa kennen? Nein. Aber wenn ihr darauf besteht, dass ich mich angemessen vorstelle... Mein offizieller Titel ist... Muss ich euch also mit Hochwürden ansprechen? Mein Tempel ist in Orlais. Ich kam ohne Genehmigung hierher, in der Hoffnung, meine Fehler wiedergutmachen zu können. Einfach nur, Dorothea genügt also vollkommen. Das hier ist eine Kirche. Wollt ihr mich etwa einsperren? Die Kirche ist nicht der verlängerte Arm der königlichen Rechtsprechung. Ich bin mir allerdings sicher, dass diese guten Bürger Fereldens unser beider Taten missbilligen. Aber ihr seid doch eine von ihnen. Ich bin auch eine Orlesianerin. Sie haben keinen Grund, auf mich zu hören. Sie wissen jedoch, dass es der gesamten Kirche schaden könnte, wenn ich hier scheitere. Ihr habt mich gerettet? Ihr habt mir einen Schlüssel gegeben? Ihr brauchtet keinen Schlüssel. Ihr hättet auch eine Wache übertölpeln, oder euch aus einem Splitter oder etwas Garn einen Dietrich flechten können. Es würde euch gut stehen, wenn ihr eure Haare flechten würdet. Wie auch immer. Ich habe euch lediglich klargemacht, dass ihr niemals machtlos seid, wenn andere in Not sind. Aber warum? Weil es das ist, was ich hören wollte, als ich in eurer Lage war. Das ist ja alles hochinteressant. Aber ich muss möglichst weit von Ferelden und Olay weg. Und zwar schnell. Die Papiere, die Marjolaine Rayleigh verkauft und gegen euch eingesetzt hat, gehörten mir. Ihr wart das? Aber sie gehörten dem olysianischen Militär. Das ist Hochverrat. Mein Tempel wird über Truppenbewegungen informiert, damit wir sie unterstützen können. Die Papiere wurden mir gestohlen. In einem Moment der Schwäche. Ich wusste nicht, warum Marjolaine meine Nähe gesucht hat. Aber es hat mir das Gefühl gegeben, als wäre ich wieder... jung. Das klingt, als hättet ihr ein echtes Problem. Allerdings geht es mich nichts mehr an. Seid ihr euch da sicher? So sehr ihr vielleicht wollt, dass alles vorbei ist, so sehr nagt es auch in euch. Es geht um Wünsche. Es geht darum, was ihr wollt. Und was soll das sein? Dasselbe, wonach ich mich gesehnt habe. Aus ihrem Mund zu erfahren, warum sie es getan hat. Ich kann euch sagen, wo Marjolaine ist. Wo Kommandant Rayleigh ist. Helft Olay und ihr helft euch selbst. Ihr findet mich hier, wenn ihr bereit seid.